Das sind Arschlöcher, meine Damen und Herren, das ist ein Arschloch vom Allerfeinsten. Oh Mama, jetzt darf ich nicht sterben, oh Mama, jetzt darf ich nicht sterben, darf ich nicht sterben. Ach du Scheiße, ist das peinlich. Ja leck mir doch am Zückerli, die ist ja richtig groß. Nein, jetzt haben sie dich gesehen, man, die haben mich extra grad nicht gesehen, jetzt gehst du ganz langsam hinter diesen Baum. Ich glaube, ich verreck gleich. Mach keinen unnötigen Lärm. Oida. Tu auf dich, tu auf dich. Wer ist denn das? Ja, Kruzi, fix doch mal. Wo kommt denn die jetzt her? Die Rezensionen sind nicht gut. Die Rezensionen sind gar nicht gut. Wenn draußen Corona herrschen. Wie? Der war ja auch lost, so wie ich jetzt lost. Und dann schauen wir mal, ob wir die Kartoffeln doch noch retten können oder nicht. Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. Ein, ich bin schlechter als ein Bot. Ich bin schlechter als ein Bot. Was war denn das jetzt für eine Aktion von dir? Was war das? Ey, jetzt bist du komplett geistig gestört. Damit kann ich ja richtig spritzen. Du fängst an zu online nieren. Oh, noch Tiere möchte ich auf jeden Fall anderen haben. Tiere möchte ich auf jeden Fall anderen haben. Tiere, Tiere, Tiere. Und Forstwirtschaft. So. Servus. In dem Spui kommen Ocken. Mädchen spülen. Meineineine. Aber ich hab von 12 Uhr Mitternachts bis am nächsten Tag um 14 Uhr Nachmittag gekotzt. Ich hätte noch ein anderes da gehabt, aber das sieht dann so aus und da hab ich mir auch gedacht. Nö. Das reicht für mich. Ich geh jetzt mir Corona holen oder so. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee.